Das nächste Projekt, das jetzt gleich dran ist, ist Remap. Das finde ich auch wieder besonders praktisch. Die haben sich auch wieder daran gemacht, ein Alltagsproblem zu lösen. Was ich zum Beispiel gerade habe, ich bin gerade mal wieder umgezogen und muss jetzt Dinge aus Umzugskartons aus- und einräumen. Ich hatte Sachen lange im Storage und muss mir jetzt mal wieder überlegen, ob ich mich von Besitztümern trenne oder nicht und falls ja, was ich damit mache. Und was die Idee hinter dem Projekt ist, das erzählen euch jetzt Jannik, Moritz, Karl und Sören. Herzlich willkommen. Also, unser Projekt ist die Remap. Wir haben leider gerade ein paar technische Probleme, deshalb haben wir gerade noch die Präsentation nicht offen. Aber das sollte eigentlich in einem Moment passieren. Und Remap ist kurz für Recycling Map und die Idee dahinter erklärt euch jetzt Karl. Ja, also, wer kennt das nicht? Man sammelt, man sammelt, man sammelt, man sammelt und irgendwann hat man keinen Platz mehr. Und dann weiß man nicht, was man damit machen soll. Soll ich jetzt auf die Müllheide werfen oder was soll ich damit machen? Und wir haben uns einfach gedacht, es gibt auch Orte, wo du einfach solche Sachen hinbringen kannst und die geben es dann weiter für Leute, die es brauchen. Und deswegen haben wir eine Karte erstellt, die auf Datenbanken zugreift und daraus halt die einzelnen Orte mit den Läden sucht. Unsere verwendeten Technologien sind OpenStreetMap in Kombination mit Leaflet, um die Karte darzustellen. Wir benutzen Nomination für das Geocoding, also zur Auflösung der Adressen in Koordinaten. Für unsere Frontend benutzen wir HTML und CSS und für das Backend, PHP und JavaScript. Und die Datensätze sind in JSON formatiert und die lesen wir aus, pausen wir mit jQuery. Die Datensätze sind erstens verschenken statt wegwerfen und zweitens Wochen- und Rödelmärkte. In Berlin gibt es das jetzt bereits und es ist noch für die ganze Welt erweiterbar. Alles gut. Genau, hier sieht man den ersten Datensatz nochmal, verschenken statt wegwerfen, schön markiert. Und hier nochmal den zweiten Datensatz, Wochen- und Rödelmärkte. Und dann kommt jetzt eine kleine Demo von der Website. Wie gesagt, technische Probleme, muss erstmal alles neu aufgerufen werden. Ich finde, wenn was neu aufgerufen werden muss, dann zählt das noch lange nicht als technisches Problem. Entspannt euch einfach. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Das ist jetzt auf einer Website. Und hier unten haben wir die Karte. Da kann man rauszoomen und reinzoomen schön. Und das sind erstmal alle Standorte, die wir eingetragen haben. Das sind insgesamt 214 Stück. Und darunter sind Flohmärkte sowie Wochenmärkte. Und halt alles, wo man etwas hinbringen kann, wie zum Beispiel zu Umsonstläden oder Ähnlichem. Das Ganze kann man dann hier oben auch filtern, wie zum Beispiel die Flohmärkte an ausschalten. Oder die anderen, die Recyclingmärkte an ausschalten. Sowie Suchbegriffe eingeben. Da können wir zum Beispiel nach Büchern suchen und das dann anzeigen lassen. Und dann sehen wir, dort überall können wir Bücher hinbringen, verkaufen und Ähnliches. Genau. So, danke für eure Aufmerksamkeit. Das ist die Remap. Und da sieht man nochmal den Getabling. Ganz vielen lieben Dank für dieses sehr, sehr coole Projekt. Wollt ihr vielleicht den Link zu der Seite einfach auch nochmal vertwittern oder so, damit ich das heute Nachmittag wiederfinde, wenn ich Sachen aus meinen Umzugskartons ausräumen muss. Damit ich direkt weiß, wo ich die Sachen hinbringen muss. Ganz vielen lieben Dank. Sehr cooles Projekt. Vielen Dank.